was geht ab leute willkommen bei mir auf dem kanal zurück heute gibt es ein nummer 10 oder sind wir bei der 10 ja ein bisschen bei der 10 aber immer 30.000 oder fast jeden doch den kalender macht man trotzdem dann noch wieder so kommen wir mal was heute drin ist heute ist was kleines drinnen los ein big hunk ein big hunk es ist ein big hunk ich habe keine ahnung was das ist das erste mal was sogar was ich nicht mal kenn vom sehen her das habe ich hier noch gar nichts sehen so was haben wir denn hier sweet nougat with roasted peanuts also kriege wahrscheinlich gehen wir doch mal aus dem schocken ach nee sowas kennt man ja sowas könnte man vielleicht kennen gibt es bei uns auch das gibt es um zu weihnachten sowas direkt glaube ich es schmeckt wie es schmeckt wie Schmeckt auch wie Reezer, aber, ja, das geht's nicht weg, wer sich grad dran stürzt, sorry, aber, das ist auch gekommen, das brauchen wir vielleicht nicht mal unbedingt, das schmeckt wie wenn du einen Snickers-Riegel zu lang in der Sonne hattest, also heute ist das erste mal, muss ich sagen, brauch ich nicht unbedingt, das ist jetzt nichts geiles, ich zeig's euch gerne mal, also das ist jetzt nichts, das man sagt, man muss es unbedingt haben, soll ich mal, und ja, so zum zehnten Tag ist das erste Mal, dass ich was jetzt nicht so feier, oder auch mal Zeit, oder, was sagt ihr dazu, und von daher schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein mit Türchen Nummer 11, es geht straff auf Weihnachten zu, auf jeden Fall, und wir haben jetzt dann morgen schon das elfte Video, das elfte Video in Folge, zuzüglich meinen anderen Videos, was ich noch mit draufgehauen habe, und von daher habt vielen Dank, und schaut auf jeden Fall morgen wieder rein, meine Lieben, euer Mimi, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.